Ich mein's nicht, warum schießt du auf mich? Ich schieß doch nicht auf dich, ich sch... Hey! Waterworld! Ja, sind alle da früher? Ja, jeder spielt gleich Waterworld. Schön Planschen gehen. Ah, ich hab's noch weggehauen! Ja! Warte, 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 warte! Mentu, ich hab dich noch weggehauen! Was? Du hast mich weggehauen? Scheiße! Ja, jetzt noch... Mentu, dieser Baron! Ah... Aber ja, 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 Köller, ja, ja... Ich bin der Köller... Da weiß man schon, dass du ein Traitor bist und schließt der von dem Kopf, ja, ja... Ja, das war, das war echt hart, das war ziemlich hart, wenn du mich erwischt hast, na gut... Ich stand direkt neben dir mit einer Palmshotgun, was willst du erwarten? Das war echt, das war echt, das war echt hart, Mentu, das war fies. Danke. Ja, bitteschön. Keine Ursache. Keine, keine Ursache, dankeschön. Danke für dieses schöne Loch im Kopf, dankeschön, dankeschön. So, jetzt wird geplanscht. Oh Gott. Ist die Map arg groß? Ich muss ja voll runterladen und runterladen. Nein, ich bin nur bei Workshop complete eingeblieben. Ja, ich auch. Läuft's. Obwohl ich die Map schon hab. Ja, ich auch, das ist es, ja. Also, ich bin noch bei Downloading TTT Waterworld via Workshop. Das ist ja eigentlich eine ziemlich kleine Map, eigentlich. Sehr echt, nein. Nein. Nein, nein. Ich mein jetzt, was die Datengröße begeht. Achso. Also, angeht. Wollte schon sagen hier, was ist los? Soll ich dann nochmal neu join, weil das wird damit die ganze Zeit immer neu. Nein, ich glaub, der Service ist gestorben. So wie es aussieht. Jeder hängt beim Workshop. Ah, ne, jetzt, jetzt geht's. Ne, halt doch. Ja, ich glaub, jetzt geht's. Ja, bitte. Workshop complete. Steh ich da. Richtig hardcore ist das hier. Hm. Ehrlich? Oh, jetzt an den kleinen Dämpfer. Ach schon. Wolltest du nur einen Tag klein wie Batman? Ich spiele TTT. Einen Tag wie Batman soll einfach reich sein. Schaut auf die Eier. Pff, was? Ich spiele wieder runter. Alter, was machen? Aber man verzieht im Flug, oder? Wenn man schießt im Flug. Da kickt's euch ein ganz kleines Stück hoch. Bei wenig Gravität? Nein, nur wenn du angeschossen wirst. Ich wär wieder angerufen. Ey, mein Gott. Du hast mich, du hast mich von der Seite angeschossen. Du bist ja beliebt. Ey, wer hat auf mich geschossen? Keine Ahnung. Ich weiß schon, wer es war. Hey, hey, hey. Was willst du von mir? Warum schießt auf mich? Das war bestimmte Mentor. Das ist ja echt ein Warter. Das ist ja ein Warter-Park. Alter! Mentor! Du hast zuerst auf mich geschossen. Das ist noch in progress. Du hast zuerst auf mich geschossen. Du bist aber schuld. Kann man auch rutschen, ja, oder? Kann man rutschen? Ja. Oh mein Gott, kann mal jemand rutschen? Ich bin, ich bin nicht, ich bin tot. Du darfst, du darfst dich jetzt aufregen. Du hast auch zuerst auf mich geschossen. Ich reg mich sicher auf, keine Sorge. Warum ist, warum ist denn... Mentor, nimm hier! Mentor, Vorsicht! Lauf, Mentor! Da müssen sie die... Mento, schnell versteck dich! Versteck dich! Ich bin überfordert, ich bin überfordert. Boah, wie geil das ist durch dieses Gravity, wo du hier überall lang fliegen kannst. Das ist echt fett. Witz ist, ist das hier oben dieser Scanner? Gar nichts. Mentor, wo schießt du denn hin? Ich habe keine Schüsse mehr. Wie benutzt ich dieses Teil? Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann nichts hier. Welches Teil? Keine Ahnung. Dieses... Poltergeist, wie benutzt ich Poltergeist? Erklär es mir bitte. Du kannst damit runter schubsen. Nein. Ja! Poltergeist ist... Ich kann damit nicht zielen. Ich kann damit nicht zielen. Ähm... Lukas, Poltergeist ist keine Waffe. Oh mein Gott. Damit kannst du Objekte schubsen, um Gegner zu verwirren. Ja. Das ist ja... Ich habe jetzt gerade ein Fass und ich... mit Low Gravity kann man einfach durch die ganze Map fliegen. Das ist ja ultrageil. Ich bin ein fliegendes Fass und das Punchometer. Wie setze ich das ein dann mit... Mit... Ja, ist die Uniklar-Taste. Ich kann fliegen. Seht ihr das Fass, das da rumfliegt? Das bin ich! Ich sehe überall Fass da rumfliegen und so Zeugs. Aber Mentu, das ist, weil du betrunken bist. Ich glaube, ich habe zu viele Liste genommen. Ich hänge fest. Mentu, wir stecken hintereinander... Oh nein. Schnell, Mentu, bring mich mal um. Oder bring du... Einer von uns zwei muss sich um... Schnell! Bringt uns mal um. Tötet uns... Ach, Hilfe! Wir sind neben euch. Damit wir frisch spawnen, ihr wisst schon. Ihr seid so... Es kommt einfach eine Waffe geflogen. Das ist keine gute Hilfe. Ich hasse... Oh Leute, oh Leute. MENTU, MENTU, hey! Wartet, wartet wieder auf! Ach, was ist das? Was ist das? Was ist das? Scheiße! Philipp ist das Philipp! Ich hab keine Mütze mehr! Nein! 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 Entschuldige, was... Kennex... Kennex ist... Oh, er hat keine Mütze gehabt. Ich bin Proven, vertraut mir bitte. Okay. Das ist aber ne Scheiß auf mich. Warum bist du? Warum nehm ich dir jetzt? Weil ich einfach geschnedelt wurde, obwohl ich innocent war. Das war so gemein. Ich mein's nicht! Warum schießt du auf mich? Ich schieß doch nicht auf dich! Ich sch... Hey! Es ist MENTU! Nein, bin ich nicht! Ich... Wie schießt es einfach mal gekleidet? Halleluja! Wie sie... Wie sie schießen! Wie sie sich beschießen! Achte doch drauf, wer auf dich schießt! Bitte! Konzentriere dich doch einmal! Der MENTU! Ich glaub, hier muss jemanden totschießen! Bam! Nein! Warum trifft der? Warum triffe ich nicht? MENTU! Du musst zurückschießen! MENTU! Nein! Nein! Flieg nicht davon! Wo ist der? MENTU! Ja! Ich werd ein Fass sein! Und ich werd MENTU stoßen! Oh mein Gott! Ich seh das Fass! Ich... Ich bin aber jetzt erst ein Fass! Ne, genug... Komm, Killer! Fass falsch! Ja, okay, wo... Achso, Cushy! So, so! Ich flieg immer höher! Was ist hier los? Ja, ich bin sicher! Boah! Wir schlagen sie einfach kaputt jetzt! Wie fühlst du noch am Leben? Er und dich! Ich geh auf MENTU! Du gehst auf den Rest! Ich geh auf den Rest! Okay! Ich hau jetzt willst du es weg! Ich komm nicht an MENTU rein! Kennext... Kennext ist schon hart am Start! Ja! Ich versuch's! Aber jetzt geht mir Richard auf die Lisse! Komm jetzt schlub doch mal! Hör ab! Bist du schon im Wasser? MENTU! 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 Ich bin im Pool drin! 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 Ich hab grad noch überlebt! Oh nein! Ohhhh! Bitch please! Mit 11 AP! Bin de Mentum, bin einfach der Traitor! Jo, darum hab ich ja hier den Killer weg! Oh Gott, ich kenne mich! Oh mein Gott! Darum hat er dich ja gekillt, Killer! Ja, er ist wirklich Killer! Achso, achso, jetzt verstehe ich die Problematik erst da hier! Mein fellow Traitor hat mir geholfen, indem er dich umbracht! Ich wollte am Anfang eigentlich erst beide weghauen, und dann hast du dich so, oh, ich bin Traitor! Oh, der ist ja auch noch Traitor! Ja, ja! Leute, warum habt ihr nichts gemerkt? Ich hab das mit dem Fässer, könnte ich den ganzen Tag machen! Ich hab mit Absicht geschlagen! Ich hab die Angewohnheit, wenn ich spawne, zu springen und erstmal fliegen zu werden und kann keine Waffen mehr grippen! Keine Schulter! Achso, Waffen! Okay! Mission Nummer 1! Erstmal nicht mehr springen! Hier kannst du, glaub ich, wirklich für deinen Jutsch spielen, Alter! Wuuuh! Mit der Huge! Los, 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 los! Da steht jemand auf Huge! Ach, Kokomulto! Kokomulto! Ja, ein Kushi! Der Menthu, wir sind alle beobachtet! Ich kann den Menthu genau sehen, Menthu! Ja, ich bin ja auch ein Menthu, ich beobachte gerne! Kushi! Wow, wow, wow! Ich bin da angeschossen! Warum Kushi? Kushi ist das! Nein, 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 nein! Ich hab weggehauen! Scheiße, Kushi! Sorry, ich war zu langsam! Ah! Nein! Killer? Du bist... Was? Nein, es ist natürlich Neo! Natürlich ist es Neo! Guck dir Neo an, wie er einfach da rumtraatert! Das ist ganz schön krass! Und vor allem Neo ist auch nicht dein letztes Überlebende, ne? Ich hätte dich getötet, aber ich hatte nur einen Schuss in meinem Magazin! Ey, ich wusste, dass das einer von euch beiden ist! Ach, Kushi, das ist ihr beide seid! Kushi, warum hast du nichts gesagt? Ehrlich, Kushi! Warum soll ich das gesagt haben? Ich war Traitor! Ach so! Deswegen hab ich ein Ja geschossen! Ich hab den Falschen weggehauen! Oh, Lightman 2! Oh, to my Lightman 2! Oh, 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 oh! Guck mal da! Der alte Meister-Traitor! Herrlich! Ich hab den Falschen umgebracht! Ihr fliegt an euch vorbei jetzt! Was, was, was? Wir, wir... Es ist gleich 20! Wo ist denn der andere Traitor? Wollt er sich den versteckt? Ich hau dich weg, willst du es... Stirb! Oh ja, ich muss wieder ein Fass sein! Du musst ein Fass sein in dieser Welt! Einfach ein Fass sein! Wow! Hier fliegt ein Fass! Wie ich tot bin! In der Luft! In der Luft! Das war ein Traitor! Ich hab's genau gesehen! Und ins Wasser! Bam! Und trotzdem ziemlich hart aufgeschlagen auf dem Boden! Hier, Witzels! Kannst du mal die Gravity auf 70 stellen? Weil das ist echt ein bisschen hart rumgefliegen! Naja, oder 60! Oder vielleicht sogar 100, oder? Ja! Kann ich mal einstellen! Dass du nur noch an der Decke klebst! Dann zieh mehr! 100! 100 ist gut! 100! 100 ist wirklich gut! Pass mal auf, Mento! Wie das jetzt was bringt! Mento! Zieh mal der Hösler! Oh, guck mal! Oh, Lolli! Ich bin ein Fass! So, man! Du merkst was! Ja, das ist besser! Oh, ja! Was haben wir denn hier? Oh, ja! Ich hab ne Honey Badger! Oh, ja! Wow, wow, wow! Wow, wow! Wie einfach übelst geschossen wird! Oh Gott! Die Waffen fliegen ja auch weg! Nein, Neo! Dein Keller! Ich hab nur so ne wilde Pump! Leute, das zählt nicht! Lass mal deine Waffe fallen! Und ich werf meine! Hier schwimmt einer! Guck mal! Hier schwimmt einer! Neo schwimmt einfach die ganze Zeit bei mir! Haha! Neo! Das ist... Der sieht ultra cool aus! Ui! Lass mal deine Waffe fallen! Und ich werf meine Waffe zu dir! Und du musst sie fangen, okay? Okay! Drei! Eins! Zwei! Eins! Ah! Achso, meiner! Ich hab meine Waffe! Was ist... Was war... Was war das grad? Was war... Was ist hier los? Gar nicht obvies! Du Spasti, du! Oh nein, da war ich noch! Hahaha! Oh nein! Der Schwimmende! Der Schwimmende ist es! Guck, wie er schwimmt! Das ist auch die Matrix! Das ist so geil! Dammit! Das war echt ultra cool! Er schwimmt einfach wie so im Matrix-Styling! Oh, Krushy! Ich... Ich wollte dir vorbeischießen und du läufst mir ins Bildrennen! Hau dich weg! Boah! Ja, Krushy war Traitor! Ich hab aber nicht gesagt, dass die Kinder hier ein Traitor sind! Ach, ich war Traitor! Scheiße, stimmt! Ja, wir waren nicht mehr an! Die Traitor haben sich die Waffen zugeworfen! Captain Obvious! Oh, Scheiße! Ich hab noch einen kleinen Score! Was geht los? Ja, Vorsicht, Mentu! Wenn man immer... Wenn man immer die Falschen tötet! Ach, es macht aber Spaß! Ich töte gerne andere Menschen! Ja, das merk ich! Ja! 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 Wo geht's denn mit? Ja, aber es macht Spaß! Da kann man schon die Zeit vergessen! Ja, es macht Spaß, aber ich weiß gar nicht, was ich noch für Absprachen hatte! Wo ist mein Handy? Ach! 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 Vielbeschäftigter Mann! Ja, es ist... Genau! Als YouTube-Partner ist man halt eben sehr vielbeschäftigt! Jo! Natürlich! Ich muss ganz viele Partner-Sachen machen! Ich muss, äh... Essen! Und so weiter! Ich muss heute sogar irgendwann noch schlafen, Leute! Glaubst du das? Ach, du musst schlafen! Ach, schlafen wird überbewertet! YouTube-Partner muss doch schlafen! Ja, ne? Irgendwie haben die ein bisschen die Rechte weggenommen von den neueren YouTube-Partnern! Macht's Spaß? Ja! Mento, kommst du noch hinterher? Was macht ihr denn? Wollen wir's ausprobieren? Ob ich noch hinterherkomme? Ja, probier's aus! Mento! Woah! Er hat zuerst auf mich geschossen! Mento! Achso! Okay, okay, Mento, Mento! Ich hör auf! Ganz ruhig! Alles gut! Ganz ruhig! Mento! Vorsicht! Da drin ist Mento! Ist Mento kein guter? Was? Ich bin natürlich ein... Ne, ich glaub Mento ist ein Traitor! Nein, nein! Er hat zuerst auf mich geschossen! Oh ja! Ja! Schreck von mir! Ich hab nichts Falsches getan! Ich würd' sagen, wir killen Mento einfach vorsichtshalber! Nein! Nein! Ich hab Mento gefragt! Okay, Mento war Traitor! Ja, sag ich alle! Alles gut! Mento war echt... Wo steht denn das immer? Achso, da oben? Du kannst auch Tab drücken! Ah! Da ist das Radar! Hey, Cushy! Hey, Killer! 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 Dreh dich um! Warte, warte! Killer! Ja! Sehr schön! Mento, ich hab mich umgedreht! Bespät! Du hättest zu diesem Radar da gehen sollen! Das ist einfach mal eh tot! Mento! Ah! Cushy! Ich glaub Cushy ist es immer noch! Nichts! Nächstes Mal hau ich dich einfach weg! Ja! Ey, du bist so rumgesprungen! Guck, wie er mich hochhebt! Flieg davon! Scheiße! Flieg davon! Sei frei! Sei frei! Ja, ich bin frei! Du musst pack dir mal springen hoch und lass es dann los! Was war denn das? Und da fliegt wieder ein Fass! Ja, natürlich! Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Ja! Oh, sehr schön! Alles gut! Ja klar! Ich wurde vorhin zu Tone gestackt und ihr... Ja, das ist natürlich... Ja, ja! Wir haben uns nicht zu sein wie wir zwei hier! Das stimmt natürlich! Wir haben ganz schön zusammen gepackt! Ich glaub das wird mehr als eine Folge hier! Ja! Wie lange nehm ich auf? Ander und halb Stunden? Leute! Ich glaub ich hab schon die dritte oder vierte Folge am Start hier! Bei mir sind das jetzt auch... Ich glaub ich... Ja, ich mach wahrscheinlich nur Map für Map! Ja, bei mir wahrscheinlich... Also, was weiß ich? Sechs Folgen oder sowas? Alter, das sind voll viele Folgen! Und ich bring's immer nur samstags raus! Das heißt, ich hab für die nächsten 100 Millionen Jahre ausgesorgt! Könnte man nicht hier irgendwo... Ich hab nur die Fenster aufgeschossen! Könnte man nicht hier irgendwo so ein Radar drin und dann gab's überall Steam? Achso, achso! Das wär natürlich ziemlich cool! Ja, irgendwo gab's das doch! Cushy! Jawohl! Bei irgendeiner höre ich mich doppelt! Guck! Guck mal wie sie... Guck mal wie sie da... Aha! Ich such noch den Rad! Wer nicht! Ich will nicht diese... Warum werde ich mit dem Traitor hier in einem Raum gelassen? Wir haben die Traitor eingesperrt! Hey, ey, ey! Da kannst du den Traitor auskaufen! Bist du irgendwie... Hä? Was ist... Was ist denn was? Was ist los Junge? Ey! Mit deiner Schrotflinte! Hilfe! Aber ich hab noch ein Auge! Moment mal! Deine Mutter hat ein Auge! Ah! Deine Mutter hat zwei Augen! Ah! Alter, der schießt auf mich! Der schießt auf mich! Der schießt auf mich! Er schießt auf mich! Ah! Fuck! Oh mein Gott! Nein! Ich war innocent! Ah! Mensch! Killer, lebst du noch? Ja, ich bin grad eben so vorhin gefallen! Habe ich einem Killer geholfen, jemanden umzubringen? Ich würde ihm gefallen, Mensch! Ich wussteste! Guck mal da unten! Ich hab dem Traitor geholfen, jemanden umzubringen! Oh mein Gott! So! Killer, das war gut! Also, ich beende meine Aufnahme jetzt auf jeden Fall mal! Wollt ihr noch was sagen zum Schluss? Es war auf jeden Fall sehr cool und lustig! Ja, war auf jeden Fall sehr cool! Ja, so wie jedes Mal eigentlich! Jaaa! Hat Spaß gemacht und können wir auf jeden Fall mal wieder tun! Ja, es war echt ultra... Es ist nicht so ein Spiel über Prop-Hand! Mit Jimmy! Genau! Ja! Okay! Okay! Okay, dann beenden! Tschüss! Ja, ja, erst dann! Tschüss! Tschüss! Sollte man mich abonnieren? Ja! Sollte man mich favorisieren? Ja! Daumen hoch geben! Ja! 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 Ça va grad IRWigne! Ja! I'm everywhere! ARD Text im Auftrag von Funk